FALKON PART! FALKON Rettete mich und Cap'n Falkon. Sie waren so nett, dass sie uns dafür zum Nordspul brachten. Aber genau da, wo niemand wohnt. Es war sehr gut, dass ich einen Stift mitgenommen hatte. Da war mir nicht mehr so brutal kalt. Da sich Cap'n Falkon mit seinem FALKON PART! Und aufwärmen konnte, war ihm überhaupt nicht kalt. Als wir oder ich mega-hyper-doll durchgefroren weitergingen, sahen wir einen Schneeberg, der so zwei Meter groß war und auf ihm lagen warme Sachen, beheißte Schuhsohlen, eine warme Suppe und ein Hase, der daran knabberte. Ich hieb mich natürlich schnell hin, um mich aufzuwehren. Da schrie Cap'n Falkon, NOOOOO! Es war ein Eisbär, der alles nur zur Anlockung hingemacht hatte. 148.945 schriechtlich und Prozent Dollar! Schrie er und stürzte sich auf Cap'n Falkon. Ich war verzweifelt. Was soll ich tun? Da bemerkte ich ein Smash-Nymbol, das über uns schwebte. Schnell! rief ich Cap'n Falkon zu. Er sah, was ich meinte und zerschlug das Symbol. Plötzlich war er in einem alten Driver und befuhr damit ein Eisbär. Seine letzten Worte waren... Oh ja, diesen City-Machmacker. Oh Mann, bin ich stark. Wie schlecht ich bin. Na ja, man kann immer wieder neu anfangen. Cap'n Falkon kam zu mir und fragte mich... Bist du da ab? Ich antwortete nicht, wenn mir der Mund eingefroren war. Der Käpt'n machte ein Feuer und warf einen alten, stinkenden, vollgeblüsten Locken ins Feuer, den er im Mund des Eisbären gefunden hatte. Alles explodierte. Die ganze Welt. Alle. Alle. International. Weltweit. Global. Planetarisch. Alles wurde grün. Bum. 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 Als ich aufwachte, lag ich in den Armen eines Mädchens, das so mega geil aussah, dass mein Penis sagte... Hockau. Ich rieb mir die Augen und als ich sie wieder öffnete, merkte ich, dass ich mich getäuscht hatte. Ich war eine alte, hässliche, verrunzelte, ekelhafte Warzeloma, die so mega Hänge tritten hatte, dass sie immer gebückt gehen musste. Sie stank aus dem Maul, in dem nur ein gelber Zahn hängen, so dermaßen eklig nach Wasser, das man in einem heißen Topf zusammen mit Tomatengewürz, Kakao und Chicory erwärmt hatte, dass ich mich zurückhalten musste, ihr nicht ins Gesicht zu kotzen. Mein Penis sagte zu mir... Sagte die alte, hässliche, verrunzelte, ekelhafte Warzeloma, die so mega Hänge tritten hatte, dass sie immer gebückt gehen musste, in einem mega ekeligen Tonfall, der an Fingernägel erinnerte, die gerade von innen über den Bildschirm kratzten, weil man bei Jugo Game Over war. Bist du aufgewischt? Ich sagte gar nichts, weil ich befürchtete, dass die Kotze dann wieder hochkommen würde. Mein Name ist Nene, sagte Nene. Und das da hinten ist mein Eskimo-Kollege Pepe. Sie deutete nach hinter sich. Dort stand ein Eskimo in blauen Eskimo-Kneidern mit einem Hammer in der Hand. Die alte, hässliche, verrunzelte, ekelhafte Warzeloma, die so mega Hänge tritten hatte, dass sie immer gebückt gehen musste, stand auf und kratzte sich am Arsch. Dabei brachen ihr alle Fingernägel ab und ihre rosane Hose verfärbte sich grün-braun. Was machen Sie in solch einer kläglichen Gegend? fragte mich Pepe in sehr höflichem Ton. Wir suchen ein Z! Und so weiter! schrie die alte, hässliche, verrunzelte, ekelhafte Warzeloma, die so mega Hänge tritten hatte, dass sie immer gebückt gehen musste. Ein Schnee-Köpt'in! Schnell hob sie mich hoch, warf mich auf einen Karren, der vor Seelöwen gespannt war und ritt davon. KÖPTÄN! rief ich und ich wurde ganz nah ran gesund. Als wir im Haus von Nene und Pepe ankamen, setzten wir uns erstmal an den Kaminen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, weil mir trotzdem noch so kalt war. Deshalb holte die alte, hässliche, verrunzelte, ekelhafte Warzeloma, die so mega Hänge tritten hatte, dass sie immer gebückt gehen musste, oder auch Nene, eine Salbe aus dem Schrank, auf der stand, Achtung! Nicht benutzen! Diese Creme ist lebensgefährlich. Sie wurde nur hergestellt, weil jemand Lust darauf hatte. Achtung! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungseinlage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Bevor ich irgendetwas tun konnte, schmiedte sie mich am ganzen Körper damit ein. Erst fühlte es sich an wie tausend Nadeln, dann wie tausend Messerstiche und dann wie tausend Hunde, die an den zehn Titanen Diamantspitzen haben und dich damit beißen. Ich schrie so laut, dass es voll laut war. AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Jetzt wusste ich, warum die Creme lebensgefährlich war. Nicht wegen den Schmerzen, sondern weil man dann immer so laut schrie, dass die Kehle zerfetzte. Alles wurde orange, blau, gelb, lila, lila, nicht lieber, nein, lila. Plötzlich war der Schmerz vorbei. Ich erwachte auf einer Wolke. Neben mir saß ein Hamster, der einen gelben Partyhut aufhatte. Hi, ich bin Mott. Mott? fragte ich. Wer ist das? Ich bin der Bruder von Gott. Der ist grad auf. AWAII, 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 AWAII. W 관심i! Verarsch mich doch nicht! schrie ich. Okay. sagte der Hamster und riss sich die Hamstermaske vorm Gesicht. Es war Captain Fallon. Ich pisste mich an. Es war mir so peinlich. Ich, ich, ich bin, ich war, ich werde. Wow! Schrie ich, weil ich sah, dass Captain Falcon ohne mich wegknog. Da beruhigte mich Peter. Keine Angst, er will nur mit Nähe mehr fliegen. Ja, aber warum fliegt er dann weg, fragte ich. Pepe? Ja du, das ist so. Er will sie beeindrucken und er will jetzt mega hyper gefährliche Stunts machen, damit er eine romantische Nacht mit ihr verbringen kann. Dabei muss er diese alte hässliche verunzelte Edelabberwarzenoma, die so mega hermitglitten hat, dass ihr immer gewückt gehen müsst, gar nicht beeindrucken, um sie zu verführen. Das bestätigte ich und guckte ihm zu. Doch da machte er 9.999.999 Seiltose. Und im Dildomobil sah man nur noch Kotze. Ich sagte, irgendetwas stimmt da wohl nicht. Erst wohl, weil er ja ein Kapitän ist, am Lenkrad festgefroren. Wieso müssen die auch immer diese Captains aus diesem Material bauen? Pepe sprach hoch und Nähe packte sein Seil, das aber kein Seil, sondern sein Penis war und zog sich so weiter. Ja! Und kam ans Sildomobil. Sie aßt alle Kotze auf und zog Käpt'n Pfeil mehr raus. Der drückte noch schnell auf den in 20 Sekunden Wiederaufbau-Knopf und als die alle gerade wieder unten waren, explodierte das Mobil mit einem mega hyper ultra super schlauten Knall. Nenne sagte, so, jetzt werden die anderen wohl nicht mehr zu uns kommen. 20 Sekunden waren vorbei und das Sildomobil war wieder ganz. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen, weil Nenne mega hyper ultra super laut stöhnte. Denn Cap Phasen bekam das, was er wollte. Oh yeah! Oh, let's make it up tonight Let's make it up tonight Oh, let's make it up tonight Let's make it up tonight I'm getting ready Am nächsten Tag machten sie alle erstmal Morgengymnastik, was Käpt'n Falken natürlich gar nicht gut fand. Wenn ich die Frage stellen darf, weshalb seid ihr überhaupt zum Nordpol gekommen? Fragte Pepe mich, als Käpt'n Falken wieder seine Gelenke öhlte. Wir suchen ein Z! Ach ja, das sagten sie ja bereits. Allerdings will mir einfach nicht einfallen, was das sein soll. Ich antwortete nicht, weil ich es selber nicht wüsste. Ich würde vorschlagen, wir reisen einfach mal durch den Nordpol und suchen ein Z! Gute Idee! Fragte Käpt'n Falken und klauste sich den Karren mit den Wallrössern oder was das waren und fuhr davon. Leider hatte er vergessen, dass wir die Morgengymnastik alle in den Karren gemacht hatten. Also kamen alle mit auf die Reise. Wir fuhren und fuhren und fuhren und fuhren und fuhren. Als wir das schon drei Stunden getan hatten, machten wir eine kleine Pause. Guck mal! Schrie die alte, hässliche, verrundelte, ekelhafte Warzenoma, die so mega Hengetitten hatte, dass sie immer gebückt gehen musste, und malte etwas in den Schnee. Das liegt sehr für es wie ein Gewicht! Wir sahen es uns an. Es war ein Gesicht. Oh, toll, sagte ich unbegeistert. Sagte das Gesicht. Hä? Das kann sprechen! Schrie die alte, hässliche, verrundelte, ekelhafte Warzenoma, die so mega Hengetitten hatte, dass sie immer gebückt gehen musste. Nein, da muss ich sie leider enttäuschen, sagte Pepe. Es ist der Eisbär, der gerade ihren Popo anstarrt. Wir drehten uns alle um und sahen vor uns den plattgefahrenen Eisbär. Er stand da, aber in 2D, sagte er in Nestgeräuschen. Dann fiel er um. Wir fuhren weiter, wir fuhren und fuhren und fuhren und fuhren und fuhren, bis vor uns ein Zelt auftauchte. Es war ein Indianerzelt. Rauch kam aus dem Schornstein aus Stein. Die Seehunde oder so hielten schlitternd an und wir stiegen alle aus. Aus dem Zelt kam ein Zett. Zett, sagte das Zett. Hä, sagte das Hä. Ich sagte, guten Tag, sind Sie ein Zett? Zett, sagte das Zett. So kamen wir wohl nicht weiter. Entschuldigung, sagte eine Stimme hinter uns. Wir drehten uns um und hinter uns stand schon wieder ein Eisbär. Ich könnte euch dabei hilflich sein. Als ich 2D wurde, habe ich die 2D-Sprache gelernt. Ich belegte auch noch weitere Kurse, weshalb ich nun menschenähnisch, 2D-isch, Zett-sprachig und eisbärisch kann. Ich könnte das Zett dolmetschen. Juhu, sagte ich. Guten Tag, sind Sie ein Zett? Fragte ich wieder. Der Eisbär übersetzte Zett. Zett, sagte das Zett. Es sagt ja. Dolmetschte der Eisbär. Um das jetzt zu erleichtern, übersetze ich das folgende Gespräch gleich. Was machen Sie hier? Fragte ich. Das ist eine lange Geschichte. Möchtest du sie hören? Gerne, sagte ich und setzte mich in den Schneidersitz auf den Boden. Das Zett begann anzuerzählen. Als ich klein war, war ich noch ein ganz normaler Magnetbuchstabe an der Magnettafel eines Kleinkindes. Doch eines Tages sollte das Kind aufräumen. Weil es keinen Bock darauf hatte, schmiss es all seine Sachen aus dem Fenster. Darunter auch mich. Ich landete direkt in einem Topf voll Zaubertrank. Und so wurde ich zu einem riesigen Zett. Als ich am nächsten Tag in die Schule ging, wurde ich von meinen Schulkameraden gehänselt. Sie sagten zum Beispiel, Zett ist fett oder Zett ist nicht nett zu mir. Weinend stürmte ich aus dem Klassenzimmer und rannte zu den Indianern. Die wollten mich jedoch rauchen, sodass ich schnell zum Nordpol rannte, damit mich niemand mehr auslachen kann. Wir lachten es aus. Das Zett wurde plötzlich ganz rot und brüllte. Es verbiegte sich, sodass es schon fast wie ein S aussah. Dann begann es zu weinen. Es weinte so jämmerlich, dass es voll jämmerlich weinte. Ist dir schon gut, sagte der Eisbär. Dann ging er... Sie sind ein Maniac, singend davon. Wir waren alle ratlos, doch... Da hatte ich einen Einfall. Wir können zu den Indianern gehen und da mal nachgucken. Bei den Indianern angekommen und das Zett im Schlepptau, fragte der Eisbär für uns auf Indianisch, wo denn der Häuptling ist. Sie führten uns zu einem mit BHs behangenen großen Zelt. Doch Nenne sollte draußen bleiben, denn sie war so alt, hässlich, verrunzelt, ekelhaft und eine Warzenoma, die so mega Hängetitten hatte, dass sie mal gebückt gehen muss, haft, dass der Häuptling sterben müsste, wenn er sie angucken müsste. Als ich hineinging, sah ich sofort. Er rauchte gerade das Spiel. Fuck. No! Er machte Falken aus der Pfeife nehmen und wir rannten vor den 10 Millionen Indianern weg. Alle außer das Zett, denn das hatte sich wieder bei den Indianern versöhnt und so liefen sie gemeinsam vor den rollenden Felsen weg. Da wir das Spiel gefunden hatten, konnten wir endlich das Spiel einlegen und den Gameboy anschalten. Wir starrten darauf, doch nichts geschah. Der Bildschirm blieb schwarz. What the fuck? brüllte Käpt'n Falken. Weshalb ging der Gameboy nicht an? Moment. Sagte Pepe plötzlich. Seht doch mal dort. Er deutete auf den Gameboy-Schriftzug. Doch es war nicht das normale Gameboy-Logo zu sehen, sondern Wackelpudding-Boy. Hä? What's that? Schrie Käpt'n Falken. Oh nein, das ist der berüchtigte Wackelpudding-Boy. Der funktioniert nur im Wackelpudding-Haus, sagte Tante Mathilda und aß den Schinken auf. Da bleibt uns wohl nur noch eine Möglichkeit, stellte ich fest. Wir müssen zum Wackelpudding-Haus reisen. Hm, sagte Käpt'n Falken. Ich wollte hier eigentlich nicht unbedingt weg. Es ist doch recht schön hier. Ich sah ihn an und deutete dann auf die hässliche, verrunzelte, ekelhafte Wackelpudding-Oma, die so begann erbärmlich zu heulen und Pepe versuchte sie auch zu muntern, indem er ihr ein Lied auf der Mutter Monika vorfühlt. Sei nicht traurig. Sei nicht traurig. Wir flogen über das endlose Eis. Um euch klarzumachen, wie endlos das war, zeige ich euch nun mal, wie endlos es war. Das ist eine normale Pause. Und das ist eine endlose Pause. Und das ist eine endlose Pause. Käpt'n Falken war etwas mulmig zumute, da er ja ein Käpt'n war und deshalb Angst vor Wasser hatte. Ein Käpt'n kann schließlich nicht schwimmen. Ich versuchte ihn mit lustigen Spülchen abzulenken. Ich sehe was, 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 was du nicht siehst und das ist blau. Wasser! Riet der Käpt'n richtig. Jetzt bin ich dran, sagt er begeistert. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist, ähm, blau. Wasser! Schrie ich begeistert. Richtig! Jetzt du! Ich überlegte. Jetzt muss etwas richtig Schweres kommen. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist... Blau! Käpt'n Falken überlegte und überlegte. Aber die Lösung wollte ihm einfach nicht einfallen. Deshalb beschlossen wir mit dem Spiel aufzuhören. Käpt'n Falken konnte nämlich nicht gut mit Niederlagen umgehen. Jaaah! Einen Niederlage! Ich kann damit nicht umgehen! Schrie er. Schnell dachte ich mir ein neues Spiel aus. Ich habe eine Idee. Wir bilden Sätze, bei denen jeder Buchstabe mit demselben Wort anfängt. Hä? sagte das Hä. Oh, sorry, verschrieben, sagte der Autor und begann nochmal von vorn. Ich habe eine Idee. Wir bilden Sätze, bei denen jedes Wort mit demselben Buchstaben anfängt. Okay! Schrieg Captain Falcon. Ich fange an. Susi, sag mal, saure Sahne, segelt super sabberig schon sechs Sandmännchen. Ich? Äh, im Inland? Äh, ich kann das nicht, sagte ich. No! So geht das nicht. Mit E. Kann das und nicht geht nicht. Schrieg Captain Falcon, völlig beleidigt und kostet das Dildomobil voll. Ich musste mit Kotze im Mund lachen und gurgelte von mich hin. Da ich wusste, dass ihn nur eins wieder normal machte, fing ich an, nachdem ich alles geputzt hatte. Also ich habe in meiner Klasse schon einmal ein Blatt auf die Fensterbank gelegt, sagte ich mit angeberischem Ton. Captain Falcon, schon wieder etwas aufgemuntert, übertrumpfte mich. Puh, das ist nichts gegen meine Torten. Ich habe der Anstaltswache einmal einen Sandkorn in die Tasche gesteckt. Begeistert rief ich, wow! Ich wusste aber noch nicht, was er noch getan hatte. Sogar einen anderen Käpt'n hatte er mit einem, mit einem Wisch-wieder-weg-Seif-Farbe einen einen Millimeter großen Punkt ins Gesicht geschmiert. Ich machte ja immer nur so langweilige Sachen, wie jemand aus dem dritten Stock werfen oder der Anstaltswache eine Granate in den Schreibtisch legen, die dann explodierte, wenn er die Schublade öffnete. Ja, ein Käpt'n konnte man nie überbieten. Da wir unseren Tank auffüllen mussten, landeten wir kurz an einem See und ich konnte schwimmen lernen. Als wir gerade wieder abheben wollten, wurde der Himmel schwarz, war ein riesiger Schatten, sich über den Himmel schob. Wir dachten, Aliens würden uns entführen und uns eine Sonne in den Arsch pflanzen. Doch es war nur ein riesiges, wütendes, glitschiges und gefährliches Riesenmonster. Was? Ein riesiges, wütendes, glitschiges und gefährliches Riesenmonster? Völlig erschrocken und verstört, lief ich wie ein kleines Ding mit einem Blatt auf dem Kopf umkreis. Es öffnete den Mund und sagte, Na, was hat euch denn hierher gebracht? Ich bekomme selten Besuch und wette da nur so Typen, die mich fotografieren wollen. Fröhlich lachte uns dieses wohl doch nicht riesige, wütende, glitschige und gefährliche Riesenmonster dabei an. Äh, guten Tag, wollen Sie auch etwas essen? fragte ich schüchtern. Wir hatten nämlich gerade eine Picknickdecke ausgeschlagen. Ja, lief ich gern. Entschuldigung, meine Monstertätigkeiten kommen immer wieder durch. Schon in Ordnung, sagte ich und wollte zum eingeschweißten Sandwich greifen, als ich bemerkte, dass daran eine Ameise klebte, die versuchte, in die Plastikhülle zu beißen. Hinter ihr flog eine besoffene Wespe gegen einen Wurm, auf dem kleine Käfer Achterbahn fuhr. Ich griff lieber zu Schwarz-Weiß-Nutella und hielt es dem Monster vor die Nase. Mh, lecker! sagte es kurz und bündig und verschluckte das Glas mit einem Haps. Und was macht ihr hier? fragte es uns danach. Wir wollten nur kurz unseren Tank auffüllen mit dem Lebertran, den uns die Eskimoyana übrigens gegeben haben. Aha, labbe mich nicht voll, du blöder kleiner Klug-Scheißhäuser! sagte das Monster. Oh, Entschuldigung, habe ich das jetzt laut gesagt? fragte es dann entsetzt. Irgendwas stimmt mit diesem riesigen, wütenden, glitschigen Riesenmonster nicht, flüsterte Käpt'n Falken zu mir. Ich würde mal sagen, der Schein trügt! Als wir uns umdrehten, war das Monster plötzlich verschwunden. Wo zur Hölle ist es? schrie Herr Falken. Plötzlich schoss es aus dem See und kraschte sich das Dildo-Mobil mit dem Mund. Da tauchte es unter. Sagte er, du weißt schon wer. Warum tut es das nur? schrie ich in den Himmel und brach in Tränen aus. Käpt'n Falken war zu einem Schild gegangen, das am See stand. Das ist der See namens Loch. Das bedeutet, das ist das Lochseemonster. sagte er. Warum? schrieen wir beide in den Himmel. Plötzlich sahen wir ein Punkt am Himmel. Was ist das? schrie Käpt'n Falken. Es war ein Punkt, der immer größer wurde. Also flog es auf die Erde zu. Ein Komet? vermutete ich. machte es. Nachdem der Rauch vergangen war, stand vor uns. Mist! Geht der Hammer! sagte er. Wir glotzten ihn verstört an. Käpt'n Falken schrie. Falken, mein Freund! Ich glotzte immer noch Ness an, mit einem Blick, der diesem nicht einmal zurechtkommt. Hä? 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 e mittlerweile ist das ja은 resort schon lange, antwortete Käpten Falken. Wir haben noch Freundeskämpfe gemacht. In salvo chamber, Mance Bad lump ist an specially an der Veranstaltung. Die Superbrüder liaß oder so. Als ich das Ness sagen hörte, band ich mir 5 Kilo Steine ans Bein und sprang in den Fall. Die Wassermassen zogen mich nach unten. Ich sah einen Schatten vorbeischwimmen. Es wurde schwarz mit Olivenpuppen. Als ich erwachte, war mir kalt und ich war nass. Ich guckte mich um und sah, dass ich in einem roten Raum lag, der überall mit klebriger, säureartiger Flüssigkeit bedeckt war. Ich setzte mich in Bewegung. Als ich vor einer dünnen Wand stand, wollte ich mich dagegen werfen, um sie zu durchbrechen. Doch da rührte sich nichts. Ich sah einen Bubbel. Als ich mich darauf stellte, ging eine Art Netz vor der Tür weg und als ich mich ihr dann näherte, rutschte sie zur Seite. Dahinter befand sich ein Mädchen, das aber Kiemen hatte und es sagte, Du willst mich also retten? Dann trag mich. Weil ich nicht wusste, wieso, ignorierte ich sie. Da kam Captain Falcon auch durch so eine hautartige Wand. Er sagte, Ich habe einen Weg hier rausgefunden. Ignorier die Zora-Prinzessin. Als wir angekommen waren, standen wir vor einem riesigen After. Ich habe Sprengstoff. Aber wir müssen messen, wie groß das hier ist, damit ich die Menge des Sprengstoffes bestimmen kann. Ich kann aber nicht zählen, redete ich mir raus, denn ich wollte die Prinzessin holen. Bei ihr angekommen sagte sie, Hey, helf mir und du bekommst einen Stein. Dann können wir heiraten. Ja, das wollte ich. Ich wollte ihr helfen und ich küsste sie. Und sie erwiderte den Kuss. Und ich wollte, wir hatten nie mehr aufgehört bis... ... ... und es mir eine reinschlug. Heya, lass das sein. Na gut, sagte ich mit einem Schmollmond. Psst. Arrrrk. Hörten wir aus einem Raum. Kommt schnell her, Kameraden. Blubb. Schnell rannten wir zu dem Raum, aus dem das Gebrüll kam. Dort stand Käpt'n Falken mit einem Zollstock in der Hand. Er starrte einen alten Opa an, der eine Marionette im Arm hielt. Ach, guten Tag. Sieh doch mal, Pinocchio. Wir willkommen Besuch. Hallo. Sagte er. Blubb. Blubb. Sagte Käpt'n Falken. Die Marionette bewegte sich und sagte, ich wäre so gerne ein richtiger Junge. Blubb. 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 Sagte Käpt'n Falken. Wissen Sie vielleicht, wie wir hier rauskommen könnten? Fragte ich den Opa. Blubb. Blubb. Sagte der und streichelte den unrichtigen Jungen über den Kopf. Und du? Fragte ich den unrichtigen Jungen. Blubb. 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 Seine Nase wurde immer länger, bis sie an die Wand stieß. Und noch weiter. Der Stock spurte sich durch die Wand. Also durch die Haut. Wasser strömte heraus. Man hörte ein Brüllen. Das Wasser spülte irgendetwas dabei. Das Dildomobil. Schrie der Falken. Sieh, ihr Kuhl. Sagte Ness. Ich bleibe hier bei Gehen. Er deutete auf einen Fuchs und einen Ugel. Okay, tschüss. Sagte ich und stieg ins Dildomobil. Ja, boom.